Sichere Fernwartung mit BigLinks Fabriken weltweit werden durch Industrie 4.0 und dem Industrial Internet of Things zunehmend vernetzt, digitalisiert und damit komplexer. Immer wichtiger werden dadurch die Fernwartung sowie eine effizientere Steuerung von Produktionsanlagen und Maschinen. Für die Realisierung dieser Themen hat ADS-Tech die Lösung – BigLinks. BigLinks ist eine Plattform für Fernwartung sowie für IoT-Anwendungen. Betrachten wir zunächst die Fernwartung. Die Servicetechniker von Unternehmen wie zum Beispiel Maschinenbauern stehen bei den weltweiten Standorten ihrer Kunden vor komplexen Herausforderungen. Denn treten gleichzeitig mehrere Servicefälle auf, können die Servicetechniker nicht überall sofort vor Ort sein. Die Folge für den Kunden – längere Produktionsunterbrechungen und erhebliche Kosten. Mit BigLinks geht Fernwartung ganz einfach – und das weltweit. Tritt ein Servicefall auf, verbindet sich der Hersteller der Anlage über eine VPN-Verbindung zum Rendezvous-Server BigLinks. Die Anlage verbindet sich ebenfalls mit dem Rendezvous-Server mittels der Firewall von ADS-Tech. Mit der integrierten Smartcard für die Authentifizierung entsteht eine durchgängig sichere und stark verschlüsselte Datenverbindung. Jetzt kann mit der Ferndiagnose und der Problemanalyse begonnen werden. Das festgestellte Problem kann entweder direkt behoben werden oder es werden die benötigten Ersatzteile identifiziert und beschafft. Der Vorteil – es geht keine wertvolle Zeit durch die Anreise des Technikers verloren und die Anlage kann schneller wieder in Betrieb genommen werden. BigLinks kann darüber hinaus auch für Internet-of-Things-Anwendungen eingesetzt werden. Damit die Produktion stets reibungslos läuft, muss auf Störungen schnell reagiert werden. Hierbei sind Alarme ein notwendiger Bestandteil. Mit BigLinks werden die Maschinendaten überwacht und sofort E-Mail-Benachrichtigungen versendet, wenn ein festgelegter Schwellenwert überschritten wird. Mögliche Störungen werden so frühzeitig erkannt und können zeitnah behoben werden. Sowohl Hersteller als auch Betreiber können zudem die Maschinendaten in Dashboards grafisch aufbereiten und so rund um die Uhr den Status im Blick behalten. Aber nicht nur Maschinen, sondern auch Mensch-Maschine-Schnittstellen können an BigLinks angebunden werden. Mit Hilfe der softwarebasierten BigLinks IIoT-Client-Lösung kann so beispielsweise der Bildschirm des Stapler-Terminals angezeigt und fernbedient werden. BigLinks bietet somit alles, was eine Industrial IoT-Plattform haben muss. Überzeugen Sie sich selbst! BigLinks 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 BigLinks